Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Video. Heute stellen wir dir deine Eintrittskarte für ein neues Leben vor, ein gesünderes, entspannteres und energievolleres Leben. Heute wollen wir dir zeigen, wie einfach es ist, Prana-Heilung zu erlernen, was dich in unseren Seminaren erwartet und was du für dich mit nach Hause nimmst. Auch du kannst an nur einem Wochenende die Grundlagen der Prana-Heilung erlernen und sofort all die wundervollen Möglichkeiten für dich nutzen. Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, keine Vorkenntnis über Energie und es erwartet dich garantiert kein Hokus-Pokus. Du musst nichts glauben, du solltest nur offen sein, du kannst alles ausprobieren und experimentieren. Besonders gut am Prana gefällt mir, dass es so einfach ist, dass es im Prinzip jeder lernen kann. Das ist nicht schwer, das ist nicht kompliziert, man kann es sich leicht merken. Wenn ich es mache, kann ich einfach sagen, dass es überhaupt kein Hokus-Pokus ist, gar kein Esoterik, es funktioniert einfach, klappt. Was ich sehr, sehr angenehm und positiv auch finde, ist, dass hier alles sehr, sehr neutral kommuniziert wird. Also man wird auch wirklich ans Herz gelegt, so ja, ne, nimm nicht einfach alles hin, was man dir so erzählt, probier's aus. Es ist ganz egal, welche Religion man hat, worum man glaubt, man braucht nur ein bisschen Offenheit. Ich kriege die Möglichkeit, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich habe die Möglichkeit, auch Experimente zu machen an mir selber, zu schauen, wie reagiere ich auf gewisse Sachen. Bei einem Prana-Seminar kannst du zusammen mit anderen interessierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz ohne Ablenkung in die Materie eintauchen und dich nicht nur mit Wissen, sondern auch sofort mit Energie auftanken. Du hast einen unserer über 150 super sympathischen und erfahrenen Lehrern zur Seite, der oder die dich kompetent und fundiert anleitet. Alles wird gründlich erklärt, mit visueller Unterstützung und direkt an dir selbst und in Partnerübungen geübt und angewendet. Die Prinzipien sind klar beschrieben und leicht zu verstehen. Die Techniken werden in einfachen und nachvollziehbaren Schritten vermittelt. Alles ist logisch aufeinander aufgebaut. Es werden jederzeit deine Fragen zu den einzelnen Themen beantwortet und du kannst das Erlernte zur Selbstheilung und auch bei anderen anwenden. Man wird ganz herzlich aufgenommen. Man hat nicht das Gefühl, dass man was falsch machen kann, weil immer jemand da ist, der einen unterstützt und der einem bei den Übungen auch hilft. Dieses Konzept von Joakuk Sui ist ja sehr wissenschaftlich ausgearbeitet und klar verständlich und das hat mir auch unheimlich den Zugang erleichtert. Und was mich gleich sehr begeisterter war, dass es sehr erlebbar war, dass ich gleich was fühlen konnte und was spüren konnte und im Grunde genommen mir dadurch auch diese Skepsis genommen wurde und ich dann diese Heilmethode für mich erkennen konnte. A, dass ich es nachvollziehen konnte und wirklich lernen konnte, dass es ein System ist, das sinnhaftig ist und dass ich verstehe, wieso es wirkt, wie es wirkt. Das Beste daran fand ich ja, die Hände, die habe ich immer mit dabei. Noch effektivere Pranaatmungstechniken, die deine Energie vermehren und deinen Körper stärken. Die Grundlagen der Prana-Heilung, das komplette Handwerkszeug. Das Wissen über energetische Anatomie, die Energiezentren und ihre Aufgaben. All das ermöglicht dir gezielte Anwendung und schnelle Hilfe bei allen möglichen Problemen für dich und andere, deine Familie, Freunde und sogar deine Haustiere. Deine Hände sind deine neue und immer präsente Hausapotheke. Du erhältst einfache und wiederholbare Anleitungen für alltägliche Probleme, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen oder Erkältungen. Prana-Heilung funktioniert exzellent als Prävention. Wenn du zum Beispiel einen Erkältungsanflug bemerkst und dich sofort behandelst, dauert die Grippe vielleicht nur ein paar Tage anstatt Wochen. Du kannst deinem Immunsystem keinen besseren Gefallen tun, als wenn du regelmäßig deinen Energiekörper von gestauter Energie, Erschöpfung, Stress und Anspannung befreist. Du hast es in deinen Händen, einfach gesund und fit zu bleiben. Du lernst die Meditation über zwei Herzen kennen. Eine geführte, aber sehr tiefgreifende Meditation für inneren Frieden, Gelassenheit und Entstressung. Das alles und noch viel mehr bekommst du an nur einem Wochenende. Der Kurs ist so aufgebaut, dass du direkt loslegen kannst, anwenden und Erfolge erzielen. Prana-Heilung kann jeder erlernen. Doch du solltest ein bisschen Ausdauer haben. Sicherheit und Routine kommen nur durch Übung. Das ist wie beim Autofahren. Wir lassen dich nicht im Regen stehen. Wir kümmern uns auch nach dem Seminar um dich. Du kannst an vielen Orten an Übungstreffen teilnehmen. Es gibt ein kostenloses Seminarskript und ein super einfach geschriebenes Buch, in dem du alles nachlesen kannst. Ich habe die Bücher studiert, die fand ich gleich sehr angenehm, denn sie waren wissenschaftlich geschrieben, sie haben das System dargelegt, sie haben einem nahe gebracht, wie man es anwendet. Und zwar die Haupterwartung, die ich hatte, war, dass ich eine Hausapotheke zu Hause habe. Und die habe ich. Weil es klar strukturiert wurde, also klar strukturiert war, wirklich an einem Wochenende, du hast super viele Techniken bekommen, gerade für meinen Beruf, Gelenkerkrankungen, Schulterarm-Syndrom, Lendenwirbelsäulen-Syndrom und so weiter. Und ich konnte eigentlich nach dem Grundlagenseminar sofort loslegen. Ich war auf jeden Fall voll zufrieden mit dem Grundkurs. Es war eine sehr schöne Erfahrung, dort gewesen zu sein, die Leute zu treffen, das auch mal mit anderen zu teilen. Und dass man zu nichts gezwungen wird und es eine total entspannte Atmosphäre mit netten Leuten einfach ist und vielen spannenden neuen Themen. Ich war total beeindruckt von diesem Prana-1-Seminar, was ich dort gelernt habe. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben und bereichert permanent eigentlich oder immer wieder aufs Neue mein Leben. Lass dich nicht länger von Stress und Energiemangel plagen. Komm und probier's aus. Wie viele von uns wirst du dich irgendwann fragen, wie du in deinem bisherigen Leben ohne Prana-Heilung ausgekommen bist? Du findest bestimmt auch ein Seminar in deiner Nähe mit einem unserer 150 Prana-Lehrer. Schau gleich auf unserer Webseite nach Terminen. Wir freuen uns auf dich!